das spiel ist zu ende ich sag mal kurz und knapp klare angelegenheit ja wolf dominantes auftreten bis zum schluss und so war der sieg wenn wir ehrlich sind nie in gefahr in der form die er heute gezeigt hat ist natürlich unverzichtbar für die mannschaft ganz toll also überragend hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden treffer jetzt könnte die flanke in den strafraum bringen jonathan storiano der kopfball ist er ist frei da kann was aus werden da war die der ball ist drin und das tor zählt nicht nein der assistent hatte die fahne gehoben er hat den ball gutes täckling da war die und da klingelt im kasten super einsatz vom torhüter der ball ist im tor aus es gibt ecke und er schießt da passt der torhüter auf und ecke jetzt könnte es klappen er versuchten macht er ihn ja er macht ihn stark gemacht das könnte was werden und nun ein schuss der ball geht an die latte das könnte gefährlich werden den ball spielt er gleich wieder und jetzt ein schuss super gemacht vom torwart jetzt gibt es eine ecke könnte gefährlich werden da kommt der schuss und da habt ihr es das tor